Hm, du bist an der Reihe, dein Angebot zu vergrößern. Oh, du musst ziehen. Hm. Und durch diesen Flankenangriff gelang es uns, die Decepticon-Truppen zu besiegen. Fantastisch! Erzähl uns noch eine. Jetzt reicht es aber langsam, Strongarm. Dein Gebettel nach Pops Kriegsgeschichten ist fast so alt wie, naja, Pops. Sideswipe, pass auf, was du... Junger Bot, du nennst mich entweder Optimus Prime oder Optimus. Alles andere verbitte ich mir. Hast du verstanden? Ja, Sir. Und ich bettle Optimus nicht an. Ich gehe jetzt. Und das solltest du auch tun. Du hast mir gar nichts zu sagen. Irgendjemand muss es aber. Lass mich... Okay, Slick, Kadett, hör sofort auf, bevor... Sideswipe, Strongarm, seid vorsichtig. Es war nicht leicht, diese Cyclone-Minicons einzufangen. Grimlock, würdest du bitte eingreifen? Grim... 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 Robots in Disguise! Transformers. Robots in Disguise. Overload. Teil 1. Metronus! Mach die Welt! Mach die Welt! Optimus Prime, jetzt, da dein Kampf gegen Megatronus vorbei ist, musst du das Spark zurückgeben, das dir deine Prime-Freunde ausgeliehen haben. Ich verstehe. Wartet! Optimus sagte, die Übertragung hätte ihn fast zerstört. Könnte die Rücknahme nicht auch... Hier wird nicht diskutiert, Botlane. Starte Rücknahme. Aufhören! Es wird ihn zerreißen! Optimus, geht es dir gut? Ich... lebe noch, Bumblebee. Gerade so. Du hast ihm zu viel Kraft genommen. Mein Scan zeigt an, dass Optimus sich erholen wird. Mein Scan zeigt an, dass Optimus' Energielevel sehr niedrig ist. Wann wird er wieder fit sein? Wie lange dauert es? Nur die Zeit kennt die Antwort. Das hilft uns nicht! Ist er weg? Bitte sagt, dass er weg ist! Optimus mag's noch nicht besser gehen, aber mir schon. Meine körperliche Verfassung wird uns nicht im Wege stehen. Lasst uns unsere Mission fortführen. Optimus, du solltest dich schonen. Ich funktioniere immerhin und solange das so sein wird, werde ich euch zur Seite stehen, während ich zu Kräften komme. Er hat die Kraft einer alten Zündkerze. Ich nehme dich gleich auseinander, wenn du weiter so über ihn redest. Wenn Optimus sagt, er hilft uns, dann hilft er. Es ist Wochen her, dass wir Megatronus besiegt haben. Wir müssen wieder Jagd auf Decepticons machen. Und aufhören, miteinander zu streiten. Gut, die meisten Elcomore-Flüchtigen halten sich in der Nähe vom Schrottplatz auf. Laut Windblade sind andere auf der ganzen Erde verteilt. In welchen Regionen sollen wir suchen? In allen. Drift, du, deine Minikons und Windblade, ihr sucht überall auf der Erde nach Decepticons. Eure Tarnung und eure Schnelligkeit werden euch dabei helfen. Dann gehe ich mit ihnen. Mit mir an Bord werden wir sämtliche Cons noch vor Russells Mittagspause eingefangen haben. Du willst doch nur in Windblades Nähe sein. Lasst mich aus eurem kleinen Psychodrama bloß raus. Das siehst du ganz falsch. Ich will einfach nur weg aus deiner Nähe. Es reicht! Sideswipe, wenn du gehen willst, dann geh! Yeah! Strongarm, Grimlock und ich nehmen uns den Schrottplatz vor. Danny und Russell helfen uns. Optimus wird mit Fixits Hilfe die Einsätze von der Kommandozentrale aus überwachen. Nein, Bumblebee. Ich denke, ich kann euch am besten als Anführer des Teams helfen. Bei allem Respekt dir gegenüber. Er würde uns alle nur aufhalten. Du bist weder für Tarnung noch für Schnelligkeit gebaut. Und wir wollen nicht, dass du verletzt wirst. Ich weiß eure Sorge sehr zu schätzen, aber sie ist unberechtigt. Optimus leitet das Auswärtsteam. Fix it! Du scannst und erweitest die Vektoren. Vielleicht empfangen wir ja irgendwo da draußen ein Decepticon-Signal. Du könntest dem Team einen tragbaren Tracker basteln. Ja, Sir! Ich denke, ich werde ihm beim Bau des Trackers lieber helfen. Du hast manchmal echt krasse Ideen, B. Aber Optimus die Führung zu überlassen, das ist... Keiner von uns wird ihn dazu bringen, seine Meinung zu ändern. Geben wir ihm eine Chance und eine Position, in der er unsere Mission nicht gefährden kann, bis seine Kraft wieder da ist. Wie? Er könnte als Nachhut die Kommunikation überwachen oder Strategien entwickeln. Sowas in der Art. Okay. Aber nur wenn ich mir einen Namen für uns ausdenken darf, der cooler ist als Auswärts-Team. Lieutenant! Decepticon-Signal am nördlichen Polarkreis geortet. Der Polarkreis. Die Kälte dort schwächt unsere Systeme. Wir müssen unsere Beute also schnell einfangen. Ich gebe die Koordinaten in die Erdbrücke ein. Ein Fall fürs Auswärts-Team. Du meinst, für die Bad-Boy-Bots. Na? Cool, oder? Kommt schon. War nur ne Idee. Der Polarkreis. Liebe Freunde. Lasst uns mit dieser Mission einen neuen Schritt warten. Und lasst uns siegen und triumphieren. Für Cybertron. Und für die Erde. Die Erde. Und für die Erde. Und für die Erde. Au. Vorwärts! Ist das wirklich eine gute Idee? Sie schaffen das. Sie ist positiv. Das Feuer ist gelöscht und Zähneputzen fällt heute Abend aus. Zentrale an Auswärtsteam. Hört ihr mich? Auswärtsteam, hört ihr mich? Oh Mann, Sie könnten sich in Moleküle aufgelöst haben. Sie kommen von hier bis Cabraxas 4. Oder Sie wurden in einem Meteor materialisiert oder... Fix es! Ganz ruhig. Versuch's weiter. Gut. Auswärtsteam, hier ist... Kommando Zentrale, hier spricht Optimus Prime. Wir haben den Polarkreis erreicht. Wir sind am Fuß eines Eisbergs. In der Nähe einer Art Forschungsstation. Ist alles okay bei euch? Wir haben beim Verlassen des Portals seltsame Geräusche gehört. Es gab hier eine leichte Übertragungsstörung. An der Erdbrücke. Meine Theorie ist, dass der Rücknahmeprozess deine chemische Basis durcheinandergebracht hat, Optimus. Bei der Portaldurchquerung hast du auf die Erdbrücke eingewirkt wie ein Magnet auf eine Fastplatte. Fastplatte! Spistplatte! Festplatte! Mit anderen Worten, ihr könnt erst über die Erdbrücke zurückreisen, wenn sie repariert ist. Habe verstanden. Optimus Ende. Ich versuche unsere Beute aufzuspüren. Ihr bleibt so lange hier und bereitet euch auf den Kampf vor, der uns vielleicht bevorsteht. Habe ich es nicht gesagt? Optimus steht uns allen nur im Weg. Es wird ewig dauern, bis wir zum Schrottplatz zurück können. Sei nicht so streng, Slick. Er kann nichts dafür, dass die Brücke nicht funktioniert. Der Scanner zeigt an, dass das Decepticon-Signal direkt aus dieser Höhle dort kommt. Der Weg hinauf wird sicher beschwerlich werden. Aber... Bist du verletzt, Optimus Prime? Mir geht's gut, Drift. Grimlock, hilf mir bitte, die Brücke vorsichtig in ihre Einzelteile zu zerlegen. Wir müssen herausfinden, welche davon noch funktionieren. Bist du sicher, dass diese Aufteilung des Teams die beste ist? Ich frage mich, war es eine weise Entscheidung, uns von denen zu trennen, die Jagd auf Decepticons machen? Guter Einwand. Natürlich will ich unser mittlerweile sehr gutes Verhältnis nicht aufs Spiel setzen. Aber ich kann Grimlock unmöglich auf eine lange Mission schicken. Wie soll man ihn tarnen? Und der Kampf gegen Decepticons findet nicht nur hier statt, da die Flüchtigen über die gesamte Erde verstreut sind. Das sind plausible Argumente. Ich hoffe, nur keines der Teams muss etwas erleben, was sie ihre Entscheidung bereuen lässt. Leute, bitte bleibt doch sitzen. Und bringt Optimus Prime zu mir. Sofort! Overload? Danny, Russell, schnell weg hier! Sind schon weg, Bi! Hau unser Abwehrsystem runter! Das musst du mir nicht zweimal sagen! Du kommst mir so bekannt vor. Aber ich habe auch schon viele Zuschauer gehabt. Als ich aus der Stasis erwachte, habe ich an diesem Ort Optimus Energie verspürt. Er drängte mich vor langer Zeit bei unserer ersten Begegnung aus dem Rampenlicht. Aber nach der Pause wird das Stück ganz anders laufen. Oh, du bist wohl scharf auf die Hauptrolle, was? Du bist aber nicht der Star hier. Du bist nicht mal ein Komparse. Achte auf dein Gesicht. Es ist unbeheuer wertvoll für einen Schauspieler. Hey, ich bin Grimlock, der Dinobot, der mich in Einzelteile zerlegen wird. Tatsächlich? Abgang Grimlock, linke Bündenseite! Ja! Hey Optimus, wenn die Kälte dir zu schaffen macht, warum gehst du dann nicht zurück und steuerst die Kommunikation für uns? Was Sideswipe sagen will, ist, dass du zu wertvoll bist, um hier oben zu sein. Dem stimme ich zu. Wenn du zum Fuß des Berges zurückkehrst, kannst du deine Kräfte aufsparen, für den Fall, dass wir in Schwierigkeiten geraten. Das ist aber nicht das, was ich... Das klingt nach einem klugen Vorschlag. Ich sollte... Und da ist der Decepticon. Solange er noch Eis hat, werden wir uns wohl gedulden müssen. Das kommt gar nicht in Frage. Ihr klettert weiter den Berg hoch. Ich gebe euch Rückendeckung. Optimus, du bringst dich in Gefahr. Keine Diskussion. Ihr müsst weiter den Berg hochgehen. Optimus! Halt durch, Optimus! Wir werden dich retten! Okay, wie retten wir ihn? Im Jet-Modus kann ich Optimus nicht tragen. Er ist zu schwer für mich. Sag deinen Minikons, sie sollen Optimus tragen. Ich versuche in der Zwischenzeit zu tun, was ich kann. Wann? Ich warte so lange. Wir werden dein Gewicht schon aushalten, Optimus. Das hoffe ich jedenfalls. Vielleicht wie eine Fehlere. Fix it. Ich hatte das Gefühl, Bi kennt diesen Con. Das tut er auch. Während des Kriegs um Cybertron war Overload der Top-Spieler der Decepticons. Er nahm viele Identitäten an und hielt sich für einen brillanten Schauspieler. Overloads Werk führte zur Zerstörung vieler Autobot-Konstruktionen, bis Optimus davon erfuhr und seine Machenschaften beendete. Doch im Kampf wurde Optimus junger Scout von Overload schwer verletzt. Bumblebee! Ich gebe dir nun ein allerletztes Mal dein Stichwort. Wo ist Optimus? Er ist fort. Amateure. Moment! Ich frage mich, warum gebe ich mich eigentlich mit der Zweitbesetzung ab? Optimus ist der, den ich will. Optimus hatte schon immer ein großes Herz für unbedeutende Randfiguren. Und diese Welt ist voll von ihnen. Wenn ich diese Nebenfiguren zermalme, wird Optimus angerannt kommen. Direkt in meine Arme! Ich sage es nur ungern, Lieutenant, aber Overload scheint bestens gerüstet zu sein, um es mit uns allen aufzunehmen. Er hat eine Rüstung, aber keinen Gesichtsschutz. Er denkt, er wäre Schauspieler. Er zeigt jedem gern sein Charaktergesicht. Hätten wir hier Sideswipe, Drift und... Das haben wir aber nicht! Ich werde diesen Con in die Knie zwingen. Mit unserer Hilfe! Bevor noch jemand verletzt wird. Fix it, du kümmerst dich weiter um die Erdbrücke. Ich verfolge Overload. Es gibt aber noch ein Problem. Ransack und Backtrack sind drei, drei, frei! Overload aufzuhalten hat oberste Priorität. Die Minicons setzen wir auf unsere To-Do-Liste. Lieutenant, wir kommen mit, oder? Oh, natürlich. Es geht los, Leute. Macht euch bereit. Auf die Räder! Bienen, das alles viel zu persönlich. Ist dir auch aufgefallen, hm? Nein, 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 nein. Seid gegrüßt, meine kleinen Übeltäter der großen Zerstörung. Habt ihr Lust, mir für einige Komparsenrollen vorzusprechen? Und Action! Showtime! Ha 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 ha! A-A-A-A-A-A! Untertitelung des ZDF für funk, 2017